Die US-Notenbank FED geht die Zinswende mit einem ungewöhnlich großen Schritt an und will die Geldpolitik weiter lockern. Erstmals seit Anfang des Jahrzehnts wurde der Schlüsselsatz am Mittwoch gesenkt. Und dies gleich um einen halben Prozentpunkt. Er liegt nunmehr in der Spanne von 4,75 bis 5 Prozent. US-Notenbank-Chef Jerome Powell machte klar, dass die Währungshüter angesichts der Fortschritte an der Inflationsfront und einer Abkühlung des Arbeitsmarktes die kräftige Senkung für die richtige Sache hielten. Doch sei dies nicht das neue Tempo auf dem Zinspfad nach unten. Vielmehr werde sich die Notenbank flexibel von Sitzung zu Sitzung weiter bewegen. Mit einer Inflationsrate von zuletzt 2,5 Prozent ist die Notenbank ihrem Ziel von 2 Prozent näher gekommen. Ein wichtiges Kriterium für ein Lockern der Zinszüge. Die FED ist damit allerdings keine Vorreiterin. Die Europäische Zentralbank EZB sowie die Bank of England haben die Wende bereits im Sommer vollzogen.